Naruto, Madaras Erbe. Eine Naruto-Fanfiction von Son Goku Junio. Prolog. Es war der 16.06., als die Tochter von Madara geboren wurde. Das war höchstwahrscheinlich der einzige schöne Tag für den Ushia. Schließlich weinte er. Der ernste und harte Madara war plötzlich doch nicht mehr so ernst und hart. Sag mal, Madara, weinst du etwa? Kam es lächelnd von Madaras Frau Nami, die Madaras linken Arm leicht berührte. Madara hatte seine Tochter auf dem Arm und blickte mit roten Augen nach links zu Nami, die ihn schweigend anlächelte. Ich bin halt glücklich, Nami, sprach der Ushia in einem ruhigen Ton und hob seine Tochter auf Augenhöhe mit ihm hoch und legte seine Stirn vorsichtig auf die Stirn der kleinen Ushia und schloss die Augen. Dabei lächelte er und sprach, sehr glücklich, um es genau zu sagen. Danke fürs Zuhören. Wenn euch das kleine Projekt gefallen hat, dann bewertet doch das Video und sagt mir, was ihr davon haltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!